Wir spielen zuerst die rechte Hand. Ich spiele einmal euch zwei Takte vor. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 3, von vorne zum Mitspielen. Und 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, und nochmal. C, D, D, F, 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 C, D, D, E, E. Ich spiele weiter vor. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, und ihr spielt mit Takt 5 bis 8. 1, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, und nochmal. Takt 5 bis 8. C, C, E, D, D, E, E, C, D, E, 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 C, D, E, E. Ich spiele die ganze Linie von vorne. Ihr spielt mit. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3. Ich spiele weiter. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 2, 1. Takt 9. Takt 9. Mitspielen. 1, C, C, D, E, 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 F, E, F. F, 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 C, D, E, 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 C. Und nochmal ab Takt 9. Ich spiele die letzten drei Takte. 2, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Mitspielen. 2, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Und nochmal mit Fingerzahlen. 2, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Und noch zwei Mal. D, D, F, E, E, D, C. Und ein letztes Mal. Wir spielen von vorne die Melodie mit der rechten Hand. 1, 2, los. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gut gemacht. Drücke auf Pause. Spiele es einige Male für dich allein. Wenn du soweit bist, drücke auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand dazu. Ich spiele die rechte Hand und ihr spielt nur die Akkorde. Jetzt F-Akkord. Nochmal F und C-Akkord. C. G7. Und C. C-Akkord. Ihr spielt die Akkorde. F-C-Akkord. G7. G7. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. G7. Und C. G7. G7. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gut gemacht. Wiederhole auch diesen Abschnitt, bis du die Akkorde fließend spielen kannst. Wir spielen jetzt noch beide Hände miteinander in langsamerem Tempo. Die rechte Hand spielt drei Viertelnoten voraus. F-F. 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 T-Akkord. G7. 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 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7. So, schalte jetzt ab und spiele es so oft langsam, bis du es auch ein bisschen schneller flüssig spielen kannst. Ich sage Tschüss und vielleicht bis zur nächsten Musikstunde.